Der Flussbett ist breiter. Dreimal breiter sieht man manchmal. Und sehen die ganze Fluss... Aber die Steine waren feucht, oder? Nein. Da muss man den Köpfen machen. Wenn du das so siehst und da macht es plötzlich so... Die erste steht hier vorne, die ist ja noch unmöglich. Das ist natürlich ein bisschen kvinziger. Bei dahinteren geht das sehr schön in der Stromzimmer. Rechts draußen hier. Erste Fahrung des linken Vikos Quellflusses. Wir werden ihn erst taufen so richtig. Great! Das ist ja schon wieder ein. Was ist das? Ja. Ich bin ja schon wieder auf. Fünf, Attragete Resortiert! Jawoll! Alle haben es geschafft!